den vollstecker könnten wir ebenso so rausnehmen aber der hält noch ein bisschen mehr aus der einzelne police bot vielleicht ja, 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 ja ok, back me up so ich kann noch einen Tag um ja Da ist noch eine EMP, da habe ich eine, da habe ich eine. Oh, das ist ein Muss. Ja, ich habe das gemacht. Was denkst du über das? Okay, da kam er noch weg. Sie hat noch eine EMP, aber ich bin dann richtig die auf ihm hier. Jetzt kann ich aber genauso gut noch mal probieren, ob die das jetzt kann. Ich weiß nicht, ob das ein Global Coulon ist. Ah ja, sie hat auch noch eine EMP hier. Okay. 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 Jetzt kann ich den Dicken hier noch nehmen. Ernsthaft. Warum bist du denn jetzt schon wieder komplett in der Pampa? Okay. Ich habe für dich eigentlich jetzt geschaut, ob es eine Mutation ist. Nur die erhöhte Position. Also hier geht es gar nicht weiter. Hier ist auch nichts. Okay. Dann nehmen wir jetzt den Polizeiport noch weg. In Vollstrecke. Das ist die Frage, wenn wir das haben, ob wir den Dicken dann direkt ausschalten können. Den Roboter. Den großen. Da wäre ja relativ weit weg. Aber da oben ist er schon. Das kann ich auch noch dieses Jahr. Okay. Mit 36 Rüstung wäre das jetzt sehr witzig. Ich glaube wir holen uns den da hinten. Ich glaube wir holen uns den da hinten. Ich glaube wir holen uns den da hinten. chlorine ich jetzt schon mal. Ich nehme einen da hinten. Ich nehme die drei, die drei, die drei, die drei. Ich nehme mich an, dass ich die Dicken. Ich nehme dich an. Und wenn die Donda auch nicht, ich nehme dich an. Dann 잘�es das nicht so. Und das ist wieder hier. Ich nehme dich an. Es tut mir. Und jetzt strecs das jetzt. Ich nehme dich an. Ich nehme dich an. Ich nehme dich. Und das ist wie das eigentlich. Ich nehme dich an. Und das habe ich mich nichtável. Und das nggak separate und das ist es. Du musst dir mit euch das. zwei Runden ist allerdings sehr eng. Und wir gucken mal ob sich das ausgeht. Ah die braucht noch einen Kill. Dann fangen wir die hier an. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Nein. Nein haben wir nicht. Wir. Wir. Äh, Bushes? So war das doch gar nicht geplant Okay, die nächste Runde könnte ich ihn bekommen Aber warum kommt ihr denn jetzt? Ja Okay, ja dann kann ich jetzt auch laut spielen Ja, ja, ja Hm hmm Ach der ist wieder außer gefecht, ok So was macht das so groß Sinn Oh Gott, jetzt hab ich die Drohne auch noch getriggert Oh Gott Mach den Ah, ich habe den ausgeschaltet Okay Machen wir das hier mal so Oh, oh, oh Oh, ich habe das hier Oh, ich habe das hier Ich habe das hier Treffen? Oh Gott, jetzt hab ich schon wieder Schaden genommen unnötigerweise Uff 38 Waffenteile, ja ok Das lass ich mir eingehen Aber auch ein bisschen Aufwand Nochmal Waffenteile Nochmal Waffenteile Ok, jetzt schmeißen wir uns das Spiel so ein bisschen zu mit Waffenteilen Ok Ich glaube wir haben noch diesen einen Bot hier Das ist nur ein Überwachungspot Wir speichern jetzt erstmal Let's see what's inside 1116 1115 1114 Das ist die Schwächste eigentlich Auch 1114 Jetzt sind wir aber mehr Munitionen, aber weniger Reichweite Ja die pinnen wir doch mal dann hier Die pinnen wir dann nochmal So und da kommen wir jetzt auch nicht hoch Eigentlich muss der Plan bestehen Wir schmeißen da eine EMP drauf Das ist das Das ist das Das ist das 2 2 2 1 3 3 5 4 6 2 Ja Müssen jetzt nicht weniger Shot nehmen als unbedingt noch nicht Äh, mehr, natürlich Jetzt komme ich hier nicht hoch, naaaa Ja mit der Großen natürlich, mit der Großen Ja dann lauft er erstmal hoch, wir brauchen uns erstmal oben gute Plätze So Schweinchen Wieso kann Schweinchen noch nichts machen? Ja 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 Ich glaube, ich habe es nicht mehr gesehen. Ich fühlte sich sicher. Du bist nicht der einzige. Es ist ein Traum der Mutanten-Drehmung. Magnus sagt, es ist unsere Erinnerung, die aufmerksamkeit schreien und uns zu Hause gehen. Zu unserem echten Haus. Die Älteren wollen nicht uns über diese Dinge sprechen. Der Ark ist Haus. Ende der Geschichte. So, wir bequeren hier mal die Brücke und schauen mal, wo wir hinkommen. So, wie ich es richtig sehe, sind wir schon drei Karten. Die verbotene Stadt. Wir sind hier. Ja, okay, gut. Wir gehen damit nochmal zurück zur Base. So, denn das soll es für den Moment gewesen sein. Wir machen hier noch kurze Upgrades. Die ist schon abgegradet. Ich glaube, alles, was silent ist, habe ich jetzt schon abgegradet. Dann nehmen wir doch mal die hier. So, können wir da vielleicht wieder die Upgrades wegmachen. Ja, sollten wir sowieso vielleicht mal ein paar Upgrades durchtauschen. 15% Quit. Hier habe ich nämlich auch. Die könnte ich auch noch upgraden. Nehme ich auch noch mit. 15% Quit. So, was haben wir denn hier? Die können wir mal rausbauen. Und auf die wird aktuell von niemanden mehr getragen. Hier auch. So, was haben wir denn hier? So, jetzt hatten wir hier, könnten wir 10 oder 15. Machen wir mal 15. 15%. Das wäre ein 2% Quit. Hm, was bringen wir das zurückwerfen eigentlich? Ich meine, der steht ja sowieso da auf und macht irgendwas, ne? Gegner verbrennen. Gegner zurückwerfen, aber extra Schaden. Gegner verbrennen würde ja auch extra Schaden machen. Das würde allerdings gegen Bots auch noch was bringen, ja. Dann machen wir hier das mit der Verbrennen drauf. Und hier die Quit vorbei. Da wäre es eigentlich ganz klug, wenn die hier noch ein 15er Quit hätte. Und Bomben braucht das ja nicht zwingend. Da haben wir auch noch nichts drauf. Das ist vielleicht ganz praktisch. Silent mit lautlos und zurückwerfen. So, was haben denn die anderen Silent Waffen noch drauf? Silent. Genau, das mit den Reportischen, das ist ganz praktisch. Das ist auch ganz praktisch. Ach, der Bogen noch, ne? Der, der, der Bogen, oder die Ambrust. Da ist die Ambrust, die auch 15 Quit. 15 Prozent, 50 Prozent zu verbrennen. Hm. Ja, Moment. Moment. Das wäre für die Silent Waffen viel interessanter. So, und hier. Ganz normalerweise verbrennen. Ja. So macht das, glaube ich, etwas mehr Sinn. So, und dann kann ich mir hier noch das Meisten herunternehmen. Die werden natürlich auch nochmal voll aufgepimpt. Dann hat der vielleicht eine EMP. So, und da vielleicht noch mehr. Jetzt reicht das wieder nicht. Na gut. Soll's das für den Moment gewesen sein? Wir nähern uns, wie ihr seht, dem Finale. Und die nächsten paar Folgen werden spannend. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.